Und damit sind wir auch schon im nächsten Kapitel gejagt. Wir haben natürlich mal wieder einen Zeitsprung gemacht. Wir sind jetzt weiter in Zukunft. Vom CIA-Training zur, keine Ahnung, einer Person, die da liegt. Und wir machen den Eid ein bisschen doof Sinn. Eidend, hör auf damit. Nein. Ich Eidend, ich mach Blödsinn. Hm, kann man denn noch so einen für ein Schietchen machen? Hier, guck mal, deine Tasche. Hui. Entschuldigung, mir ist langweilig. Es reicht Eidend. Fuck, lass mich schlafen. Nein. Spiel mit mir. Will, dass du mit Eidend spielst. Eidend, mach Blödsinn. Eidend, mach Blödsinn. Oh, die Cops. Ich würde mal so vermuten, wir jagen uns. Was haben wir in der Zwischenzeit schon wieder für ein Blödsinn angestellt? Das muss mir mal einer verraten. Guck mal nach draußen. Guck mal, Bullen. Wird Zeit abzudampfen. Nein, ich bin das nicht. Ich bin da mal weg. D. Oh, Mann, Mann, Mann. Man muss dieser Zug auch immer so wackeln. Ey, aufpassen. Ey, Entschuldigung. Geht, lass mich in Ruhe. Meine Jacke ist weg. Schiss. Hey, was soll das? So wie es ist. Mach mal einfach das Tür. Schnell, nein. Schnell, nein. Auf eine Fenster. Passt. Passt. Los, Mädel. Aus mit dir. Scheiß auf das Käppi. Ich kaufe dir ein neues. Wunten weg. Ich will nicht auf deinen Arm. Ich kann mich auch sehr gut zu Fuß wehren. Ich kann doch mal mit Fingerträgen. Das ist richtig dramatisch. Das kriegst du mich nicht. Das kriegst du mich auch nicht. Action pura. Hui. Oh, nein. Ich glaube, ich werde kämpfen müssen. Das wird keinen nicht dran vorbeiführen. Okay. Ich bin kampf erprobt. Also, ich dachte, sie haut die Schuhe in die Eier. Kaff sie quenzen, die sind Hammer. Ja, bam. Ach, was für ein harter Punch. Oder auch Close Life from Hell. Oder What the Hay sind hier viele. Okay. Wir sind weg. Die Atom-Dorf. Die Atom-Dorf. Machen wir mal Schuhe zu schnitt. Wir sind unten. Und wiedersehen. Schreibt mir eine Karte. Von da, wo ihr seid. Okay. Wir stehen, glaube ich, mal auf und machen uns vom Acker. Und das im Grunde nur, weil wir es können. Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Jo. Genau das tun wir jetzt auch. Oh nein. Shit. Shit, 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 shit. Fuck. Ist ja wohl das falsche Thema. Besser gesagt, das falsche Wort dafür. Aua. Nein, du siehst mich nicht. Du tust nur so. Ach, Himmel, Arsch, und Sphären. Ey, jetzt... Tu ich mich auch so schwer. Ach, Mann. Jodie. Ja, was denn geht's oben drüber, unten drunter? Wenn die so... Schnell durch den Fluss, schnell durch den Fluss, schnell durch den Fluss. Nein, ich bin nicht. Wer hat euch erlaubt, auf mich zu schießen? Ja, auf mich zu schießen, meine ich. Ja, du sollst doch schon hoch, Milady. Oh, das ist actionreich. Ich laufe jetzt einfach mal da lang. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, ich sehe auch nichts. Ich habe sie gewählt, sie kann nicht weit sein. Oh, Mann, wie weit muss ich denn hier laufen? Ich glaube, wir machen hier lang. Ah, blöde Töle. Na, Hundi? Oh, noch ein Hundi. Was? Alte Töle, du. So. Zack. Hey, das ist mein Stock. Meiner, meiner, meiner. Ich muss mich doch nicht aufessen. Nimm den Stein. Nimm den Stein. Hau ihm den. So, jetzt ist Ruhe. Piss dich. Ja, willst du auch noch einen? No, verpisst euch. Scheiße, wo ist die Hild? Ich glaube, ich gehe auf höheres Terrain. Oh, R2. Ich habe doch R2 gedrückt, verdammt mich. L1. Oh, muss ich auch noch aufpassen, wo ich hier hinkraxe. L2. Wir brauchen mehr links hier drüben. Verstehe überhaupt nicht. Das ist doch gut, dass du nichts siehst. Umso besser für mich. Sucht ihr da unten mal. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ich bin zusämtlichen Götter an dieser Welt. Und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Scheiße. Sie ist uns ertrischt. Travis, wir brauchen die gottverdammten Hunde. Sofort. Und haben Angst vor mir. Okay, klettern wir weiter. L1. Nach oben. Komm schon, Jodie. Fall mir da jetzt nicht runter. Wenn du da runterfällst, dann haben wir beide ein Problemchen. Oh, Bullerei. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Okay, so geht's. Ja, Jodie. Jodie. Ja, Aiden. Okay. Der ist verdammte Regen. Sieht nicht aus wie ein Motorrad. Das ist perfekt. Zombie. Wer ist möglich? Fahr'n wir mal ne Runde Das dürfte die erst mal ne Weile ablenken Schöne Scheiße Wir fahren Motorrad, wir fahren Motorrad Yeah Kann das Licht ausmachen? Ach wir fahren Geile Kamerahansicht und ich muss trotzdem steuern Irgendwie Ja, ich muss Ich muss nicht steuern Ja, muss ich Ah, das ist bei dieser Kameraperspektive aber nicht so wirklich das wahre Ich sehe selbst gar nichts mehr Meine Herren Hier ist Oh Wow Iden Ich brauch dich Kenne ich dich nicht? Okay, was machen wir? Wir brechen durch Wir fahren direkt durch Bist du bereit, Iden? Yeah Mitschwitzschild Booyah! Wow Das nenne ich echt mal ein starkes Schallwellen-Schutzgerät Feuer einstellen! Ich sagte, Feuer einstellen! Pass, Sperre-Tango Kein Durchbruch Ich wiederhole, Sperre durchbrochen Ich werde nach Bakertown Ich werde nach Bakertown